Indien Indien, das einzige Land, in dem die kleinsten alltäglichen Handlungen von einem spirituellen Ethos durchdrungen sind. Indien, das ist ein Land und eine Kultur, die seit tausenden von Jahren Yogis, Siddhas und verwirklichte Wesen hervorgebracht hat. Diese Wesen erforschten Leben und Tod. Sie beschäftigten sich mit allen Aspekten des menschlichen Wohlbefindens und strukturierten die Kultur bewusst, sodass selbst die einfachste Handlung zu einer spirituellen wurde. Die Spiritualität ist in Indien so viele Jahrhunderte lang lebendig geblieben und aufgeblüht, weil diese Wesen Räume und Tempel geschaffen haben, in die sie ihr Wissen investierten. Kailash ist ein solcher Ort, der ein Kraftwerk an Energie ist. Das erste Wesen, das hier sein Wissen in einer Energieform gespeichert hat, war der Adi Yogi Shiva selbst. Obwohl sich anbetende Menschen in ihnen drängen, wurden die alten Tempel ursprünglich nicht als Orte der Anbetung, sondern als kraftvolle Energiezentren errichtet, die es den Menschen ermöglichten, sich auf eine sehr tiefe Weise zu transformieren. Der morgendliche Besuch des Tempels ermöglichte es einem, seiner täglichen Arbeit mit einem gewissen Gefühl von Ausgeglichenheit und Tiefe nachzugehen. Es gab eine tiefgründige und exakte Wissenschaft des Tempelbaus. Die Tempel in Indien wurden nach den Anweisungen errichtet, die in den Agama Shastras dargelegt wurden. Jeder Chotir-Linga-Tempel hatte eine bestimmte Funktion. Wenn du Gesundheit willst, gehst du zu einem bestimmten Tempel. Wenn du materiellen Wohlstand willst, gehst du zu einem anderen. Jeder Tempel wurde geschaffen, um einen anderen Aspekt des Lebens anzusprechen. Die vorhandenen Lingas in diesen Tempeln sind für einen oder zwei bestimmte Chakren konsekriert worden, die den Menschen entsprechend zugutekommen. Doch viele erleuchtete Wesen träumten im Laufe der Zeitalter von einem Tempel, der ein Linga in sich birgt, das mit allen sieben Chakren voll energetisiert ist, ein Dianalinga-Tempel. Von allen Tempeln ist dies der komplexeste, und die Aufgabe ist so schwierig, dass er nie geschaffen wurde. Der weitreichendste Versuch, einen solchen Dianalinga zu konsekrieren, fand vor fast 1000 Jahren in Bootspur in Madhya Pradesh statt. Doch der Konsekrierungsprozess konnte nicht fertiggestellt werden. Es gibt jetzt nur einen Ort, an dem ein Dianalinga steht, der einzige, der seit über 2000 Jahren vollständig konsekriert wurde. Die Veliyangiri-Berge sind als der Kailash des Südens bekannt, da sie seit jeher der Aufenthaltsort unzähliger Siddhas, Seher und Waisen waren. Es heißt, dass Shiva selbst in diesen Bergen Zeit verbracht hat. An den Ausläufern der Veliyangiri-Berge hat Sadhguru Chagi Vasudev den Dianalinga geschaffen. Damit er dies erreichen konnte, brauchte es drei Leben voll intensiver Sadhana. Die Konsekration des Dianalinga umfasste einen intensiven Prozess von Prana-Pratishtha, der sich über drei Jahre erstreckte. In Indien ist es Tradition, dass man vor dem Betreten eines Tempels den ganzen Körper nass macht, damit man für die Energien des Tempels empfänglicher wird. Der Tier-Takund ist ein unterirdisches Becken mit einem in Wasser getauchten, verfestigten Quecksilber-Lingam. Diese Rasalingas wurden auf eine bestimmte Weise konsekriert. Im Grunde als vorbereitende Maßnahme, um die spirituelle Empfänglichkeit einer Person zu erhöhen, bevor sie den Dianalinga betritt. Das mit Energie getränkte Wasser des Tier-Takund hat eine erhebende Wirkung auf den physischen Körper in Bezug auf Gesundheit und Wohlbefinden und stabilisiert die pranischen Ungleichgewichte in einer Person. Vor dem Eingang zum inneren Parikrama befindet sich der Sarvadharma-Stamba. Auf drei Seiten der Stamba sind Symbole aller großen Weltreligionen eingraviert. Ein Willkommensgruß, der über religiöse Differenzen hinausgeht. Um den offenen Weg, das innere Parikrama, zu erreichen, muss man drei Stufen erklimmen. Die ungewöhnliche Höhe der Stufen zwingt den Besucher, seine Fußsohlen auf die kiesige Oberfläche dieser Stufen zu drücken, was wiederum bestimmte Nervenzentren im Körper aktiviert und das System vorbereitet, für die Energien des Dianalinga empfänglicher zu werden. Der Eingang zum Parikrama wird von Patanjali Maharishi geziert, der als Vater der yogischen Wissenschaften gilt. Auf der anderen Seite befindet sich der Vanaschree-Schrein, die feminine Gottheit des Dianalinga. Die Energien dieser Gottheit sind so beschaffen, dass sie besonders für Frauen und Kinder vorteilhaft sind. Die sechs Wandtafeln am Zugangsweg stellen Momente aus dem Leben von sechs südindischen Weisen dar, die durch ihre Hingabe an das Göttliche den Gipfel des Bewusstseins erreicht haben. Schließlich steht man vor dem immensen und ehrfurchtgebietenden Dianalinga, der mit der Kraft des Ursprünglichen vibriert. Er zieht alle in seinen Bann, die seine mystische Gegenwart betreten. Auf der Welt gibt es keinen anderen Linga dieser Art. Es ist Sadgurus Wunsch, dass alle Besucher direkt in das Garbha-Griha oder das Allerheiligste eingelassen werden. Ein seltenes Privileg. Im Sanskrit bedeutet Dhyana Meditation, Linga bedeutet Form. Hier reicht es aus, einige Minuten schweigend in der Sphäre des Dianalinga zu sitzen, um selbst diejenigen, die keine Ahnung von Meditation haben, einen tiefen Zustand der Meditation erfahren zu lassen. In der Gegenwart des Dianalinga zu sein, bietet einem Menschen das seltene Privileg und die Intimität, mit einem Guru zusammen zu sein, mit allen sieben Chakren bis zum höchsten Punkt energetisiert. Es berührt einen in einer anderen Dimension, während es den Samen der spirituellen Befreiung in einen Menschen sät. Die Konsekration von Linga Bhairavi wird in vielerlei Hinsicht das größte Ereignis sein, das in Isha nach der Dianalinga-Konsekration stattfinden wird. Ganz real. Ich sage ganz real, weil das meine essentielle Arbeit ist. Dianalinga ist an sich vollständig. Aber ihm ein angemessenes, feminines Gegenstück gegenüberzustellen, ist ein essentieller Teil. Wenn man aus Erde Nahrungsmittel erzeugt, nennt man das Landwirtschaft. Wenn man Nahrung in Fleisch und Knochen verwandelt, nennen wir das Verdauung, Integration. Wenn du dieses Fleisch oder sogar einen Stein oder sogar einen leeren Raum in eine göttliche Möglichkeit verwandeln kannst, dann nennt man das Konsekration. Jemand, der die Gnade von Bhairavi erlangt, muss weder in Sorge noch in Angst vor Leben oder Tod, vor Armut oder Versagen leben. Alles, was der Mensch als Wohlbefinden erachtet, wird ihm zu eigen sein, wenn er nur die Gnade von Bhairavi erlangt. Dianalinga wird es nur einen geben. Wir können es nicht wieder erschaffen. Was da hineingesteckt wurde, ist zu viel, um es noch einmal zu machen. Aber andere Arten von konsekrierten Räumen, das ist eine Sache, die wir tun wollen. Wir wollen so viele konsekrierte Räume wie möglich auf dem Planeten schaffen. Entweder in der Form von Devi oder in irgendeiner anderen Form. Vor allem in dieser Kultur wurde ein enormes Wissen über diese Dimension des Lebens aufrechterhalten. Und das wurde als das Wichtigste angesehen, weil es keine Rolle spielt, was du isst, wie du bist, wie lange du lebst. Irgendwann wird das Bedürfnis aufkommen, mit der Quelle der Schöpfung in Kontakt zu treten. Und wenn diese Möglichkeit nicht überall auf dem Planeten geschaffen wird, wenn diese Möglichkeit nicht jedem Menschen der Sucht zur Verfügung steht, dann hat diese Gesellschaft dabei versagt, einem Menschen wahres Wohlergehen zu verschaffen. Wenn wir diese Arten von Unterstützung in der Gesellschaft hervorbringen, muss sie nicht an eine bestimmte Religion gebunden sein. Wenn man jedes Haus, jede Straße, jede Stadt auf dem Planeten konsekriert, wird sich die Art und Weise, wie die Menschen funktionieren, drastisch verändern. Aber nicht überall. Untertitelung des ZDF, 2020